Zählt die Altersteilzeit als Pflichtbeitragszeit zur Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, die Altersteilzeit zählt definitiv als Pflichtbeitragszeit zur Rente mit dazu. Versicherte, die vorhaben, in die Altersteilzeit zu gehen, wollen Sicherheit haben, dass alle Zeiten, die sie gearbeitet haben oder noch arbeiten werden, auch tatsächlich für die Rente mit dazu zählen. Da geht es vor allen Dingen um die Wartezeiten für eine abschlagsfreie Altersrente, 45 Jahre. Und daher kann ich hier nur eins sagen, die Zeiten der Altersteilzeit sind ganz normale versicherungspflichtige Zeiten nach § 1, Nr. 1, Sozialgesetzbuch Nr. 6. Das heißt also, jemand, der gegen Arbeitsentgelt beschäftigt ist, ist auch automatisch in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversichert. Es gibt keinen Ausschluss, dass eine Altersteilzeit, Arbeit oder Beschäftigung nicht sozialversicherungspflichtig wäre. Das heißt also, ganz wichtig für Sie, diese Zeiten der Altersteilzeit zählen ganz klar und eindeutig in die 45 Jahre mit hinzu. Und man kann, wenn man eine Altersteilzeit heute plant, auch wirklich so planen, dass die Altersteilzeit dann endet, wenn Sie abschlagsfrei in Rente gehen wollen. Näheres zum Thema abschlagsfreie Altersrente und Altersteilzeit finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Das heißt also, ich wünsche Ihnen ein paar Tage. Das heißt also, ich wünsche Ihnen ein paar Tage.